In diesem Video zeigen wir den Aufbau einer umfangreichen LED-Installation mit dimmbaren weißen LED-Streifen. Es werden insgesamt 20 Meter LED-Streifen eingesetzt. An Werkzeugen benötigen wir nur einen Schraubendreher. Das Netzteil ist hier bereits an 230 Volt angeschlossen. Der Controller hat aufgrund der hohen Leistungen zudem zwei parallele Spannungseingänge. So können wir die starken Anschlussleitungen des Netzteils mittels Vago-Klemmen auf zwei dünnere Leitungen aufteilen. Zuerst empfiehlt es sich, die Gesamtleistung und Stromstärke unserer LED-Installation zu berechnen. Wir nutzen LED-Streifen mit rund 10 Watt pro Meter Leistung. Multipliziert mit den geplanten 20 Metern ergibt sich eine Gesamtleistung von 200 Watt. Die maximale Leistung des Netzteils sollte deutlich darüber liegen. Wir verwenden hier ein Netzteil mit 240 Watt. Auch der Controller muss zur Installation passen. Die Gesamtleistung von 200 Watt, geteilt durch die Betriebsspannung von 24 Volt, ergibt eine Stromstärke von unter 9 Ampere. Unser Controller LK55 stellt vier Ausgänge mit je 5 Ampere zur Verfügung. Wir empfehlen zur Sicherheit nicht mehr als 4 Ampere pro Ausgang anzuschließen. Insgesamt also 16 Ampere. Dies liegt deutlich über den hier benötigten 9 Ampere. Daher ist der Controller geeignet. Gleichzeitig empfiehlt LED-Studien nicht mehr als 5 Meter LED-Streifen hintereinander in Reihe zu betreiben. Die LED-Streifen werden sonst überlastet. Es bietet sich also an, die vier 5 Meter Rollen an je einem Ausgang des LED-Controllers anzuschließen. Damit wollen wir beginnen. Zuerst die Anschlusskabel der LED-Streifen in die ausgangsseitigen Schraubklemmen einführen und festschrauben. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung. Ziehen Sie im Anschluss noch einmal an allen Kabeln und prüfen Sie den festen Sitz. Wenn alles angeschlossen ist, können wir den Aufbau testen. Einfach einschalten. Die LEDs sollten jetzt mit voller Helligkeit leuchten. Als nächstes wollen wir die Fernbedienung anlernen. Prüfen Sie zuerst, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und eine eventuelle Schutzfolie entfernt ist. Zum Anlernen der Fernbedienung besitzt der Dimmer eine kleine Learning-Taste. Drücken Sie diese kurz und danach irgendeine Taste auf der Fernbedienung. Die LEDs sollten kurz aufblinken. Nun ist die Fernbedienung auf den Controller angelernt und Sie können mit dieser ab sofort die Helligkeit regeln. Unsere LED-Dimmer merken sich immer den zuletzt eingestellten Wert. Nach dem Aus- und wieder Einschalten leuchten die LEDs mit der zuvor eingestellten Helligkeit. In weiteren Videos zeigen wir, wie Sie ein Mehrzonensystem aufbauen können. So können Lichtbereiche unabhängig voneinander gesteuert werden. yep yep im we we you we Vielen Dank.